Will ich mal Knobbers? Chris, will ich mal Knobbers? Alter, Chris, will ich mal Knobbers? Meine Fresse, Alter! Alter, was soll das? Alter, will ich mal scheiß Knobbers wegfressen, Mann! Was soll die Scheiße jetzt, wenn du uns ein Problem feststellst? Alter, schweige Arsche! Alter, ich hab grad so'n dicke Scroll in der Pipeline, Mann! Was? Ich weiß nicht, ich katt dir so lange aufm Kopf, bis aus meiner fucking Scheiße ein Jiro entsteht! Was? Jiro? Was? Jiro? Alter, ich schwörde, ich kann dich jetzt sofort umlegen! Alter, was ist die scheiß Waffe, Mann! Ich weiß es nicht, Mann! Die hat mir vorhin so'n badiger Typ nem geile Sack gäbe! Welche gelbe Sack? Alter, ich wollte doch mal scheiß Knobbers! Verstehst du doch, Alter, Mann! Ich kannste damit gäbe! Wir haben's gäste! Alter, Chris, wie viel haben wir gesoffen? Ich hab den gerade Schüsse, Mann! Oh Mann, das Scheiß-Gubbin auch keine Lösung! Weißt du was? Tief in einem Sibirischen Gebirge haben wir ein Mittel entwickelt, das macht eine Leiche wieder zum Leben! Na, gibst du ihm! Boah, stinkt! Das muss stinken, ist russisch! Alter, ist der Zubbin tot? Der ist jetzt echt eingeschnissen, oder was? Der ist jetzt echt eingeschnissen, oder was? Dann stinkt's nicht so! Und dann, Alter, tun wir das Träten über, oder was? Neu, sorry! Ich halte's nicht mehr aus! Alter, das heißt für ein Hefischmarschprobleme, Mann! Auch deine Scheiß-Schwein-Taxe, Mann! Alles muss man zacken, Mann! Die blöde Arscher, diese blöde! Warum musst du Wichser auch verrecken? Halt! Komm! Jetzt! Du Arschloch, du Arscher! Verrecken doch einfach! Komm her, schloch! Jetzt? Gibst du ihm Pideli! Hier rein! Schleifst du klein einmal, warum der den Stern durchschiebt? Obli hat... War falsche Pille! Wo ist die richtige? Äh... Anna! Kommst du? Andi hat hart für drei Stunden! Dann hast du die richtige! Alter, auf den Stress geht jetzt erstmal ab, Alter! Drei Stunden später! Was? Was denn? Kannst du nächstes Mal die Tür zumachen? Komm... Oh, Schatz! Komm! Drei Stunden! Dann bitte mit, wie die Tür da erheben! Oh Mann! Oh, ey, du verzeihst mir! Oh, das ist schön. Okay Schatz, 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 jetzt reicht's. Das geht gar nicht. Nee. Alter, du hast zum Mund geholt, das ist doch ansehen, ne? Das ist schon besser. Oh Mann, jetzt hat die Scheiß-Probleme eben auch ein Problem, Mann. Oh Mann, das war jetzt echt das letzte Mal. Chris. Arschlottes Blöde. Guck mal. Wir haben eine Mission, Alter. Ja, wäre. Wir bringen hier jetzt das Lauf bei. Okay. Wir können auch laufen. Dann guck mal, ob das dabei noch verdreht ist. Ist er tot? Ich glaube ja. Und jetzt? Wir müssen ihn sorgen. Und wie? Wir zerstückeln ihn. Den Daumen, den ziehen wir aus dem Arsch. Verkaufen ihn an den Metzger. Seine Goldzähne schlagen wir ihm raus. Und die Einzelteile kommen in den Sack. Ja, da gibt das halt Probleme. Was es da wäre. Und die hat keine Goldzähne. Fuck. Ich weiß nicht, ich hab die falsch anders. Ich hab die falsch anders. Ist das gut? Ich glaub ja. Wenn ihn auf! Ah! Ah! Ahmac.